Willkommen im Forschungsbereich Rechtswissenschaften. Das Recht spielt in der Raumplanung schon eine sehr wichtige Rolle. Das Recht strukturiert die Entscheidungen, die der Staat in der Raumplanung zu treffen hat. Und das sind gesellschaftlich so relevante Entscheidungen. Im Kern, wie die knappe Ressource Boden zu nutzen ist, wo Naturschutzgebiete auszuweisen sind, wo öffentliche oder soziale Infrastruktur wie Straßen, Krankenhäuser, Schulen zu errichten sind. Und das Recht strukturiert hier, indem man selber festlegt, wer in einer Demografie diese Entscheidungen zu treffen hat. Und mit der großen Transformation, vor der unsere Gesellschaft gerade steht, gewinnen diese rechtlichen Fragen zunehmend an Bedeutung. Denn die Energiewende, die Mobilitätswende, die Transformation der gebauten Umwelt zu einem nachhaltigen Gebäudesektor, das alles wird sich nicht von alleine einstellen. Da braucht es einen Staat, der lenkt und entsprechende rechtliche Instrumente. Und welche da die passenden sind und ob die bestehenden Strukturen noch adäquat sind, diese großen Transformationsprozesse zu bewältigen, das sind so die zentralen rechtlichen Fragen, mit denen wir uns hier im Forschungsbereich Rechtswissenschaften beschäftigen. Und wir freuen uns schon sehr darauf, wenn Sie sich für das Studium der Raumplanung entscheiden, diese Fragen auch gemeinsam mit Ihnen zu diskutieren. Und wir freuen uns schon sehr, 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 Vielen Dank.